Gestern haben wir noch gemeinsam über Cardano und die positive Entwicklung gesprochen, heute möchte ich mich ganz gerne nochmal mit XRP und Ripple beschäftigen, wo stehen wir eigentlich bei dem SEC-Prozess und vor allem gibt es neue Zahlen, die durch Ripple Labs veröffentlicht worden sind, es gibt also viele interessante Neuigkeiten. XRP-Preis In einer Marktkapitalisierung von 28 Milliarden US-Dollar. Wenn wir uns gerade die Performance von XRP ansehen, vor allem im letzten Monat, dann sehen wir, dass auch die Bewegung von XRP stark mit dem Bitcoin und mit den meisten anderen Altcoins korreliert. Auch XRP hat kontinuierlich immer mehr an Wert verloren, der Preis ist also immer weiter gesunken. Vor drei Monaten haben wir noch ungefähr 1,30 Dollar gesehen, mittlerweile eben nur noch die Hälfte. Das ist für den einen oder anderen natürlich ein günstiger Einstiegspunkt, auch ich sehe das als günstigen Einstiegspunkt und damit konnte ich durch den einen oder anderen weiteren Einkauf eben auch nochmal meinen Durchschnittseinkaufspreis weiter drücken. Andere sehen das Ganze extrem risikoreich, egal wie man es dreht und wendet. XRP hat eben noch ein großes Thema vor der Brust und dabei geht es natürlich um die SEC, also um die Klage der SEC und natürlich auch um die Entscheidungen der Richterin Netburn, die wir uns gleich nochmal in Ruhe angucken werden. Denn auch diesbezüglich gibt es neue Informationen. Aber erstmal gucken wir uns positive Sachen an. Ripple ist ja gerade auf Twitter extrem aktiv, 2,4 Millionen Follower konnten sie sammeln und dort wurde nun ein Quartalsbericht für Q4 veröffentlicht. Dieser ging am 28. Januar 2022 online, ist also nur wenige Tage alt und dabei geht es dann zum Beispiel um den XRP Ledger, es geht um Infrastruktur-Updates, es geht um globale Regulierung, also viele interessante Themen. Wichtig dabei aber zu beachten ist eben, dass dieser Quartalsbericht von Ripple freiwillig ist und damit in gewisser Weise auch nicht vollständig. Denn viele Analysten wünschen sich mehr Daten. Wir sehen zwar, dass, und darauf gehe ich gleich ein, dass die Nutzung von ODL mit XRP tatsächlich immer weiter ansteigt, aber das große Problem ist zum Beispiel, dass wir nicht das tägliche Volumina sehen in Bezug auf die absoluten Zahlen. Das ist etwas schade. Ich hoffe, dass Ripple Insights, wie sie sich hier nennen, eben nochmal weitere Daten mit veröffentlichen werden in Zukunft, aber wir gucken uns erst einmal an, wie es denn hier aktuell aussieht. Der Bericht ist etwas länger, es gibt eine Menge Text, den ihr euch nochmal in Ruhe durchlesen könnt. Ich verlinke euch natürlich alles Relevante unten in der Videobeschreibung. Und es ist erstmal so, dass mittlerweile über eine Milliarde US-Dollar in XRP über ODL verkauft worden sind. Im Vergleich zu Q3 haben wir hier also wirklich einen extrem starken Anstieg, den wir verzeichnen können. Außerdem ist es so, dass über Sekundärmärkte über 322 Millionen US-Dollar in Form von XRP auch wieder zurückgekauft worden sind. Also auch das scheint gerade die Taktik von Ripple Labs zu sein, immer mehr Bestände wieder zurückzukaufen. Und ja, ansonsten sehen wir eben auch das globale Volumen, das scheinbar aber etwas zurückgeht, wenn wir uns Q3 mit Q4 angucken. Aber hier, wie gesagt, fehlen eben noch weitere Zahlen. Egal, wie wir es drehen und wenden, erst einmal sehen wir, wenn wir uns vor allem die Sales Summaries hier angucken, eben einen kontinuierlichen Anstieg. Und damit eben auch extrem gute Zeichen natürlich für ODL und damit eben auch für XRP und damit in gewisser Weise auch für Ripple Labs natürlich. Parallel dazu gab es eben auch einen Bericht, der am 26. Januar veröffentlicht worden ist. Da hat Brad Garlinghouse eben auch entsprechend einen Thread aufgemacht auf Twitter. Und da geht es nämlich darum, dass sie nun angefangen haben, Anteile von Investoren zurückzukaufen, die die Series C-Runde von über 200 Millionen US-Dollar im Dezember 2019 finanziert haben. Und nach Angaben des Unternehmens ist es nun also so, dass durch diesen Rückkauf quasi nun das Unternehmen auf 15 Milliarden US-Dollar bewertet wurde oder wird. Das ist natürlich extrem stark, vor allem wenn man darüber nachdenkt, dass das quasi ein Drittel mehr ist als die 9,8 Milliarden US-Dollar, die das Unternehmen zum Zeitpunkt der Series C-Investorenrunde quasi erhalten hat. Also auch hier sehen wir definitiv einen starken Anstieg. Die Bewertung des Unternehmens geht immer weiter nach oben. Das Ganze kann am Ende als klares, positives Zeichen durch Ripple gesehen werden, denn das Unternehmen glaubt natürlich an seinen eigenen Erfolg, auch obwohl sie natürlich diesen Anhalt in das Put mit der SEC haben und sind eben der Meinung, dass sie wirklich eine absolut eierlegende Wollmichsau aufgebaut haben. Gerade dieser internationale Zahlungsverkehr, die Zahlungskorridore, die aufgebaut worden sind, all diese Themen sind natürlich extrem positiv. Und man sieht ja auch, in welche unglaubliche Partnerschaften Ripple sich eben reingearbeitet hat, mit wem sie nun eben agieren, mit wem sie nun eben zusammenarbeiten, um verschiedene Lösungen anzubieten. Es geht einfach in die richtige Richtung. Und ich bin immer noch ein großer Fan von Ripple Labs. Ich glaube, das habt ihr schon mitbekommen. Unabhängig davon kann man ja die Berichterstattung und die Informationen, die wir aktuell haben, die Neuigkeiten eben auch rational betrachten. Und auch die Zahlen sehen auf breiter Spur sehr, sehr positiv aus. Es geht aber am Ende natürlich immer noch um das Thema SEC vs. Ripple. Das ganze Thema ist ja noch nicht abgeschlossen. Wir haben es ja mitbekommen, am 14. Januar sollte ja eigentlich der ursprüngliche Termin stattfinden, um das Ganze dann auf die nächste Ebene zu heben. Das Ganze wurde leider verschoben. Aktuell ist es so, dass zum Beispiel die SEC Dokumente haben möchte bis zum 17. Februar. Also das heißt, hier werden wir auch im Februar wahrscheinlich noch keine weitere Verhandlung sehen, sondern es wird dann voraussichtlich erst im März weitergehen. Trotzdem gibt es immer noch Persönlichkeiten, die daran glauben, dass wir bis zum April 2022 eine Entscheidung sehen werden. Das Spannende an der ganzen Geschichte ist, dass Jeremy Hogan, der Ripple-Gemeinschaftsanwalt, davon ausgeht, dass Ripple die Klage gegen die SEC bis April 2022 gewinnen wird. Das Ganze hat er eben auch auf Twitter veröffentlicht und ich bin sehr gespannt, ob das letztendlich der Fall sein wird, ob der Fall bis dahin gelöst sein wird oder eben nicht. Eigentlich ist es ja so, dass Brad Garlinghouse sich bereits in der Vergangenheit dazu geäußert hat, dass er eben zum Beispiel keinem Vergleich zustimmen möchte. Von daher bin ich noch etwas zwiegespalten diesbezüglich. Ich wünsche mir natürlich auch, dass Ripple Labs das Verfahren gegen die SEC gewinnt und ich bin auch der Meinung, dass sich das massiv auf den Preis auswirken wird und dass wir dann das Potenzial haben, auch tendenziell wieder Richtung All-Time-Height zu gehen, denn die ODL-Daten, die sehen ja extrem positiv aus. Der Rückkauf von XRP-Beständen durch Ripple Labs ist ebenfalls extrem positiv und auch das sollte sich in der Theorie auf den Preis auswirken. Doch diese Klage ist eben nun mal das Thema überhaupt und das wirkt sich eben auch maximal auf den XRP-Preis aus. Ob Jeremy Hogan am Ende dann recht behalten wird, das werden wir noch herausfinden. Wir müssen jetzt erstmal auf das Verfahren warten beziehungsweise auf den Termin vor Gericht, der hoffentlich dann nicht weiter verschoben wird und erst wenn eben der nächste Termin stattgefunden hat, kann man sicherlich auch weitere perspektivische Aussagen treffen. Es ist auf jeden Fall so, dass sich Ripple Labs in eine bessere Position gebracht hat. Sie haben nämlich mittlerweile es hinbekommen, dass die SEC Dokumente in Bezug auf ETH veröffentlichen musste oder beziehungsweise ihn aushändigen musste und da geht es natürlich ganz klar darum, ob letztendlich das Thema ETH genauso bewertet wurde, wie es letztendlich bei XRP der Fall ist oder eben nicht. Da wird es auch in Zukunft sicherlich noch einige neue Informationen geben und ich bin extrem gespannt, wie sich das Ganze auswirken wird, aber ich bin ehrlich gesagt immer noch nicht optimistisch, dass wir im April 2022 wirklich eine Entscheidung sehen werden, aber ich würde sie schon im Jahr 2022 erwarten. Doch wie siehst du das Ganze? Schreib das doch gerne mal unten in die Kommentare. Ein letztes kleines Thema können wir sicherlich noch mit aufnehmen und zwar geht es darum, dass Ripple ja auch gemeinsam mit Quant und weiteren Unternehmen zusammen an einem CBDC arbeitet für UK. Das Ganze wurde in dem sogenannten Digital Pound oder in der Digital Pound Foundation zusammengebaut. Man möchte letztendlich natürlich das digitale Geld auf die nächste Ebene bringen, gerade wenn es um neue Zahlungskorridore geht, wenn es um Zahlungsströme über Grenzen hinaus geht und so weiter. Und dazu werden sie am 24. Februar auch ein sehr interessantes Meeting veröffentlichen. Auch an der Arbeit ist Ripple ja beteiligt und hat eben das Vertrauen der Regierung aus UK. Das Ganze ist eben auch nochmal ein ziemlich positives Zeichen. Egal was man von CBDCs hält und von dem digitalen Geld, es ist trotzdem so, dass Ripple eben als Unternehmen akzeptiert wird in der Finanzwelt und eben deswegen auch unglaublich große Partnerschaften aufbauen konnte, lediglich in den USA bezüglich der SEC-Geschichte eben relativ viel Vertrauen eingebüßt hat bei den größeren Konzernen. Das Ganze sollte sich aber spätestens dann, wenn diese Klage dann letztendlich abgebügelt worden ist, wieder beruhigen und sich natürlich auch verbessern. Ripple hat trotzdem in der Zeit natürlich kluge Entscheidungen getroffen und sich international mit gigantischen Banken aufgestellt. Und das wird Ripple, vor allem wenn die SEC-Klage dann positiv ausgeht, dann in die nächste Ebene quasi katapultieren. Davon bin ich absolut überzeugt. Doch wie siehst du die ganze Geschichte rund um Ripple? Glaubst du tatsächlich, dass Ripple es letztendlich schafft, gegen die SEC sich durchzusetzen? Wie siehst du denn zum Beispiel auch im Quartal 4 den Report, den sie veröffentlicht haben und auch die Entscheidung, dass Ripple Labs nun Bestände zurückkauft? Schreib es doch gerne mal unten in die Kommentare. Gut, ansonsten hoffe ich natürlich, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Falls es so war, dann würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Abonnier gerne den Kanal und aktivier die Glocke, um auch die nächsten Videos nicht zu verpassen.